Hi und willkommen zum neuen Fusion 360 Tutorial. Heute schauen wir uns einfach mal an, wie komme ich von so einer Maßzeichnung zu meinem fertigen Körper, wie gehe ich da vor, wie funktioniert das Ganze eigentlich und damit starten wir jetzt einfach. Ich wünsche euch sau viel Spaß beim Video und wir legen jetzt einfach mal direkt los. So, dann starten wir heute wieder los mit einer technischen Zeichnung. Das ist in diesem Fall diese hier. Und die wollen wir jetzt mal in Fusion 360 umwandeln. So, ja, das ist jetzt alles ein bisschen wild und verrückt, glaube ich, so auf den ersten Blick. Aber gestern hatte ich ja das Video gemacht gehabt, wo es um drei verschiedene Arten geht, den Fusion zu konstruieren. Und heute werden wir genau Anwendung von einer Art finden. Und das ist die Flächenart, die wir hierfür brauchen. Dafür wechseln wir als erstes mal hier oben in unser Flächenmenü rein und erstellen eine, ja, so eine Art Linie auf der Seite. Die dann sozusagen hier unser Profil abbildet hier unten. So, das ist das Erste. Diesen Zapfen hier oben, den ignorieren wir erst mal. Kann man ja erst mal ganz in Ruhe ignorieren. So, das heißt, als erstes gehen wir hin und machen hier unsere zeitliche Ansicht davon. Das heißt, wir gehen hin und haben jetzt hier unsere Skizze erstellt. Und als erstes wissen wir, dass das Ganze, da schnappen wir jetzt mal eine Linie dafür, 65 hoch sein soll. Das weiß ich. Okay. Und ich weiß, dass es 120 lang sein soll. Also wieder L für Linie, hier entlang, 120, Enter. Und dann passt das. So, und dann weiß ich auch, dass zwischen diesen beiden Linien ein Radius herrscht. Also gehe ich hier oben auf Abrunden, Radius für Abrunden, von 16 Millimetern. So, okay. Ich glaube, das war es schon mal. Lass uns noch mal ganz kurz die Zeitung anschauen. Ich sehe jetzt da nicht viel mehr. Also Radius 16. Dicke 4 interessiert uns erst mal nicht. 120er Länge und 65er Höhe. Genau. Und jetzt müssen wir das auf eine Breite extrudieren, diese Fläche von 32 halt auf das breiteste Stück. Das heißt, wir gehen hin und sagen jetzt hier, Skizze Fertigstellen, Extrusion und sagen jetzt einfach mal 32. Und sagen Enter. Jetzt denkt ihr ja, ja Lars, schön und gut, aber das hilft mir nicht wirklich weiter, was du da gemacht hast. Ja, noch nicht. Als nächstes erstellen wir eine Skizze auf diese untere Ebene hier. Das ist wichtig, dass es die untere Ebene ist. So. Diese Ebene beschreibt jetzt folgendes. Die beschreibt jetzt diese Zeichnung hier. Wir ignorieren wieder dieses Stück, was hier oben weggeht. Kümmern wir uns später drum. Das heißt, wir beschreiben einmal hier die Breite von 16 Millimetern. Hier hinten die Breite von 32 Millimetern. Und vielleicht können wir sogar durch die Löcher mit reinmachen. Okay. Das heißt, wir gehen hin und sagen einmal P für Projektion von diesen beiden Flächen und sagen okay. Dann wissen wir, dass ich mal eine Zeichnung hinschiebe, dass ich ein bisschen gucken kann so nebenbei. So hier. Dann wissen wir, dass das 32 breit ist. Darum haben wir uns gekümmert. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Maß. Ich nehme euch mal mit, was ich hier gerade tue. Ich suche gerade das Maß, wie lange es von diesem Punkt bis hier hinten ist. Habe ich das irgendwo verpasst? Das Maß. Ich weiß nicht, habe ich das verpasst? Ich weiß, dass meine Biegung hier 16 Millimeter. Ich weiß, die beiden laufen mit 40 Grad zu. Und machen wir jetzt mal die Löcher. Die sind einfach. Machen wir jetzt mal die Löcher. 45 auseinander und zwei 16er Löcher. Als erstes machen wir 11 Linie und machen hier den Mittelpunkt, die Linie entlang. Markieren die Linie, drücken X. Das hilft uns einfach nur dementsprechend, dass wir eine Konstruktionslinie haben. Dann machen wir C für Kreis. Das war dann das 2 16er. Ja, 2 mal 16. Okay, hier haben wir, muss man mal kurz aufpassen. Machen wir C für Kreis und hier auch nochmal 16. Machen wir D für die Bemaßung. Also für deinen Menschen. Wir wissen, dass die beiden 45 auseinander sein sollen. Oh, okay. Das ist clever gemacht. Man muss sich kurz denken. Wir sehen, dass wir hinten ein 32er Radius haben. Ja, nee. 16er Radius haben. Also 32er der Menschen. Und der muss im Mittelpunkt von dem hier liegen. Und dann, ich würde mal sagen, wenn man beide Augen durchzudrücken, sieht man, dass das hier vielleicht die Ecke 45 sein soll. So würde ich das interpretieren jetzt. Probieren wir das mal. Das heißt, wir haben gesagt, hier hinten sollten wir 32er Radius haben. So hier. Und der muss natürlich hinten noch anlegen. Das heißt, wir gehen auf Tangente. Das hier, Tangential hierzu. Und wir haben gesagt, ich mache mal eine Linie gerade nach unten. Das ist unsere Konstruktionslinie. Der Mittelpunkt davon soll hier drauf sitzen. Und da, wo die beiden schneiden, also hier, sollte sich irgendwas mit 40 Grad runterentwickeln. Also 180 minus 40, 120. Nee, 140. Mensch. Mathe. So, das sehen wir mal hier. Das sieht immer noch falsch aus, was ich hier gemacht habe. 90 plus 40 sind 130. Jetzt lassen wir noch mal kurz die Zeitung holen. Eigentlich sieht das falsch aus. Ah, die sollen zueinander 40 sein. Also 20 jeweils. Also ist das 150. Und das hier ist 160. So. Gut. Das sind unsere zwei Linien. So, jetzt müssen wir immer noch rausfinden, wie breit der hier sein soll. Das soll 16 sein. Okay. Das ist bemaßt. Das ist schon mal sehr gut. Gut. Das heißt, 16. Dann würde ich einfach jetzt hier eine Linie machen, die gerade rausläuft. Ich weiß, jetzt wird es gerade ein bisschen verwirrend. Aber es ist gleich wieder alles aufschlussreich. Das sind einfach nur zwei Linien, die wir jetzt einfach definieren. dass die 16 auseinander sind. Und sozusagen 8 mm vom Mittelpunkt weg sind. Jetzt sind wir nämlich sicher, dass das hier hinpasst. Jetzt haben wir T für Trimmen und Trimmen das hier weg. Was wir nicht mehr brauchen davon. Nämlich das hier und das hier. Und das hier und das hier. Und das hier brauchen wir hier nicht. Das hier brauchen wir auch nicht hier. Das hier brauchen wir da auch nicht. Und das hier brauchen wir da auch nicht. Ja. Jetzt macht das langsam alles Sinn. Die beiden könnten wir auch nochmal wegmachen. Und sagen wir, das geht zu fertigstellen. So. Jetzt gehen wir hin und sagen, Stutzene. Fangen wir an mit dem Werkzeug. Sagen die beiden sollen weggestutzt werden. Sagen wir, okay. Perfekt. Dann sagen wir Stutzene. Nehmen wir uns den Kreis. Und sagen, das Innere soll weg. Okay. Dann gehen wir wieder auf Stutzene. Der hier. Das soll das weg. Dann gehen wir wieder auf Stutzene. Schnappen uns eine Deep-Verbindung. Das soll das hier weg. Und dann noch einmal stutzen. Das hier. Das soll das hier weg. Okay. Dann blenden wir mal die Skizze hier aus. Schauen uns den ganzen Spaß an. Und wir sehen, wir kommen der ganzen Sache schon ziemlich nah. Jetzt. Na doch. Das sieht schon sehr, sehr gut aus, was wir hier machen. Wir haben jetzt noch die Sache von diesem Hebel, das wir die ganze Zeit ignoriert haben. Der weg muss. Aber das ist ja natürlich für uns auch nicht schwer, weil wir clever sind. Und was ich damit meine, ist nämlich folgendes. Wir gehen einfach hin und sagen, konstruieren wir eine Ebene entlang eines Pfades. Und ich will keine Tagentenkette haben, sondern ich will einfach nur die einzelne Kette haben. Jetzt schiebe ich die Ebene ganz bis nach oben und sage, okay. Dadurch habe ich eine perfekt gerade Ebene da oben. Sag ich Skizze erstellen, stelle meine Ebene da drauf. Und jetzt beschreibe ich eigentlich nur noch, was ich hier sehe. Das heißt, ich gehe 7 mm raus. Und dann... Na, wie beschreibe ich das am blödssten? Übertrieben gesagt kann man ja sagen, wir haben irgendeine gerade Linie hier, irgendeine gerade Linie hier. Die sollen 50 Grad zueinander stehen. Also das hier soll irgendwie so 50 Grad zueinander stehen. Und wir haben noch eine Biegung da drin. Und das machen wir jetzt einfach. So. Das machen wir nämlich wie folgt. Wir haben also gesagt, irgendeine Linie so hier. Und wir haben irgendeine Linie, die hier so läuft. Und wir wissen, also über D für die Bemaßung, dass wir, jetzt brauchen wir nochmal eine Referenzlinie. Da könnte man einfach mal P für die Projektion sagen. Holen wir uns die Linie hier rein und sagen, okay. Dann sagen wir D für die Bemaßung zwischen den beiden Linien hier. Haben wir gesagt, die soll irgendwie 50 Grad zueinander stehen. Dann sage ich T für Trim. Dann trimme ich die beiden weg. Dann gehe ich hin und schaue mir die Linie nochmal an. Die sagt, okay, Radius 10. Und da, wo der Radius 10 aufhört, würde ich 7 mm Abstand haben. Okay. Also Radius, wir sind ja wieder auf Abrunden, hierhin. Radius sollte 10 mm sein. Und wir haben gesagt, da, wo der Radius aufhört, soll es 7 mm sein. Perfekt. Und da, wo der Radius anfängt, auf der anderen Seite, hier sollen es 22 mm sein. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, haben wir es damit einfach perfekt getroffen. Jetzt noch zwei Kleinigkeiten. Einmal brauchen wir dieses 8er Loch da. Kümmern wir uns gleich drum. Und es soll 15 mm breit sein, das Ganze. Okay. Und wir brauchen noch den 5er Radius. Ah, ein paar Kleinigkeiten mehr. Wir starten jetzt einfach mal durch und sagen, Skizze fertigstellen. Und sagen jetzt einfach, Extrusion, hier, davon, 15 mm negativ hier runter. Sagen, okay. Dann gehen wir hin und sagen, verbinde mir die einfach erstmal. Weil, wollen die erstmal verbinden, ne? Also der hier mit dem hier. Also überheften hier oben. Sagen, okay. Dann, lass uns mal schnell schauen, dass das ein Körper ist. Perfekt. Gehen wir hin und erstellen eine Skizze hier drauf. Da wissen wir nämlich folgende Sachen. 8er Loch in der Mitte. Komplett rund außen rum. Und das 8er soll auch so, ja, ziemlich gut drinnen sitzen. Also mittig. Dann sagen wir, C für Kreis. Holen uns einen 3-Punkte-Kreis. Und sagen, okay, dieser Punkt soll irgendwas hier, hier und soll hier berühren. So. Das war jetzt nicht so ganz optimal. Noch ein bisschen kleiner. Gehen wir mal hin und sagen, Tangente. Der Kreis soll tangential hier zu sein. Der Kreis soll tangential hier zu sein. Und der Kreis soll tangential hier zu sein. So, jetzt passt's. Und noch ein Kreis hier drin mit 8 mm. So. Könnte man schon wieder sagen, Skizze fertigstellen. Dann gehen wir auf unser Altbit-Sfeckes Stutzenwerkzeug. Werkzeug ist das hier. Der hier und der hier kann weg. Wir sagen, okay. Holen uns nochmal das Stutzenwerkzeug. Diesem Fall ist der hier. Der hier kann... Hörner weg. Hörner weg. Hörner oder? Ja. Perfekt. Dann gehen wir auch hier hin und blenden unsere Skizze aus. Dann gehen wir hin und sagen, abrunden. Hier gibt's irgendwas, das nennt sich auch bestimmt abrunden. Abrunden. Weiß nicht, ob ich jetzt den Punkt hier fangen kann. Na, okay. Machen wir später. Machen wir später das Abrunden. Das nächste, was wir uns anschauen wollten, das ganze Blechkörper-Klimbim hier ist 4 mm dick. Und wir brauchen noch die Abrundung von 5 mm. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hin und sagen einfach, erstelle mir eine Verdickung hiervon genau die andere Richtung, also minus 4. Sagen, okay. Sagen wir f für Abrundung und sagen hier nochmal 5 mm. Und damit ist das Bauteil fertig. Und das ist... Lass uns mal kontrollieren, ob wir alles drin haben. Ja, sieht gut aus. Also ich sehe jetzt nicht, was ich übersehen hätte. Außer finde ich, dass es hier abgerundet aussieht, weil sich hier zwei Flächen auftun. Wie ist es das? Das habe ich bemaßt. Also ist es das nicht. Ja, also ihr seht schon, das ist halt ein ganz cooler Weg, sozusagen, um solche Sachen zu lösen. Einfach, weil es nur halb so komplex ist. Also ich sage mal, man könnte es ja auch bestimmt irgendwie in einer Extrusion, also im normalen Volumenkörperbereich machen. Wäre fast ein bisschen aufwendiger. Man könnte es natürlich auch sehr schön... Oh, ich sehe gerade einen Fehler, oder? Seht ihr den auch? Das sieht irgendwie asymmetrisch aus. Lass uns mal kurz hier reinspringen. Man könnte das natürlich auch sehr, sehr schön mit einem Blechkörper lösen, gucken wir gerade. Lass uns mal schnell den hier entfernen. Sagen wir D für die Bemaßung nochmal. Und sagen, ja doch, das ist auch 20 Grad. Passt schon. Was sagt der hier zu dem hier? Ah, 30 Grad. Ja, natürlich, weil dann müsste der hier nämlich 160 sein. So, ja. Jetzt geht es ja fertig, stimmt. Jetzt passt es. Genau. Also ich sage mal, Blechkörper wäre auch eine ganz coole Lösung gewesen dafür. Aber ja. Ich hoffe, ihr habt wieder so viel Spaß für das ganze Video. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und wie immer wünsche ich euch so viel Spaß beim Konstruieren. Und bis zum nächsten Mal.